Heute Abend um 21 Uhr hat unser neues YouTube-Live-Format Endlich-Montag-Premiere hier auf unserem YouTube-Kanal MassengeschmackTV. Das Konzept ist relativ einfach. Wir reden miteinander. Ich mit euch und ihr mit mir. Und die Themen sollen die Themen der Woche sein, die Schlagzeilen der Woche. Was hat uns bewegt? Was sind die politischen Themen? Was sind die gesellschaftlichen Themen? Und natürlich wird heute Abend vor allem die gestern stattgefundene Bundestagswahl das große Thema sein. Wie ist das Ganze zu bewerten? Wie ist das Verhalten der SPD zu bewerten, dass sie auf Biegen und Brechen nicht mehr in die Regierung will, sondern unbedingt in die Opposition? Ist das gut? Ist das schlecht? Ist das Verhalten von Schulz richtig oder falsch? Wie ist Jamaika zu bewerten? Ist das eine gute Regierung, was da geplant ist? Mit Grünen, mit FDP, mit CSU. Alle in einer Regierung kann man sich kaum vorstellen. Aber funktioniert es vielleicht? Ist es sogar gut für unser Land? Wie ist die AfD zu behandeln, wie eine ganz normale Bundestagsfraktion auch? Oder sollte man sie eher ausgrenzen statt einbeziehen? Viele Fragen stellen sich am heutigen Montag. Und deswegen ist es gut und richtig, dass wir darüber miteinander ins Gespräch kommen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr heute Abend live dabei seid. Entweder zum Zuschauen oder auch zum Aktiven dabei sein, indem ihr mich hier anruft. Die Telefonnummer, die könnt ihr hier hinten sehen. Genauso wie unsere Skype-Adresse. Ihr könnt auch eine E-Mail schreiben. Die lese ich auch gerne in der Sendung vor. Und einen Live-Chat haben wir natürlich auch. Und ihr könnt auch twittern unter dem Hashtag EndlichMontag. Also ich freue mich auf euch heute Abend am 21 Uhr hier auf YouTube. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.